Time to get real! Wo ihr dabei sein dürft. Und wir nehmen erstmal Sturmsoldat, um die Map kennenzulernen. Ja, so, zack, rein. Vielleicht noch ein Fahrzeug mitgenommen oder so. Ja, hier irgendwie das. Was haben wir hier noch? Hier ist irgendwas Großes noch. Da, das. Da wäre ich gern dabei. So. Ey, ich steig ein. Wieso steckt der nicht ein? Ah, okay. Man muss an die Seite einsteigen. Ist ja krass. So, der andere nimmt den anderen Schützenpanzer hier aus meinem Squad. Das ist eigentlich ganz gut. Alter, fahr! Willst du mich veralbern? Fahr! Amphibienfahrzeug, okay. Aber das ist, ne, das ist nicht die Map, wo Hochwasser ist. Also wo man, ähm... Ja, wo man die komplette Stadt fliegen kann. Ah, da sind schon Gekner. Kann ich schon zoomen? Ja, ich kann schon zoomen. Ich habe sogar schon verschiedene Aktenplassen. Wieso haben die das schon? Ah, okay. Ich sehe es noch nicht wirklich. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Ding ist stärker als ich kann das sein. Oh, fuck, Alter. Das hat ihn fast komplett schon zerstört. Okay. Wo ist der? Treffst du ihn nicht? Jetzt erst. Okay, da oben ist der andere einer. Ah, das streut aber krass, ja. Die haben gerade nur diese Insel da. Oh, da. Treffer, 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 treffer. War das nicht gekillt? Das war nicht meiner? Ist ja heftig. Okay. Fahren wir erstmal weiter, würde ich sagen. Mal schauen, wo wir hinkommen. Ob wir irgendwie hoch zu A kommen. Wobei ja... Ja, unser Teammate ist bei A. Da können wir eigentlich drauf scheißen. Und da spawn-trappen wir die erstmal bei B auf der Insel. Ist ja kein direkter Spawn-Trap, solange die noch eine Flagge haben. Ah, die spawnen da jetzt echt... Nein, nehmt das da nicht ein. Oh, fuck, da war einer. Oh, fuck, wir wurden getroffen von der rechten Seite. Fuck, 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 fuck. Von wo? Okay, das ist nur irgendein Sniper mit seinem Scheiß hier... So flammverschnitt. Oh, fuck, wir fallen gleich ins Wasser. Wobei wir ja ins Wasser könnten, ne? Oh, fuck, rein hier. Hängen wir jetzt hier fest? Ja, oder? Wir können da hier durch, oder? Wir können hier nicht durch. Und nach hinten geht's auch nicht, oder? Okay, also raus. Oh, hier kann man sogar lang laufen. Na, das ist ja interessant. Alles schön rausfinden hier. Ah, A ist da oben. Da müssen wir jetzt hin. Von da wurden wir irgendwie anvisiert, von der Richtung. Okay, hoch hier. Ich lass den mal vorausgehen. Oh, das ist sogar ein Versorger mit Munition. Nice. Fuck, Alter. Wieso kommt der da hoch und ich nicht? Der schießt schon? Ne. Da ist ein Fahrzeug. Ich seh jetzt aber kein... Ich seh grad keine Fußsoldaten. Oh, hier ist aber nicht grad jemand. Ne, das ist unser Mann. Der ist nicht im Boot. Objektiv Helfer. Wo ist denn hier Kontakt? In dem Gebäude drinnen, ne, oder? Oh doch, da ist irgendwo einer. Der Halle da oben. Ja, da ist er. Toll, Killhilfe, Alter. Halt das Maul, Mann. Der Helikopter kommt rein, okay. Ah, wir haben auch eine Granatwäffer dabei. Ah, immer einmal kurz davor. Ich treffe das eigentlich alle. Gegner am C. Wir gehen mal zu C. Ist halt zur Zeit noch echt schwer. Oh, fuck. Gegner eliminiert, alles klar. Ist noch echt schwer, hier die Action zu finden, weil die Maps halt auf 64 Mann ausgelegt sind. Wir sind jetzt immer noch auf der alten Konsole und das bedeutet 12 gegen 12. Also es ist eine harte Nummer, hier mal was zu finden. Da oben auf dem Gebäude ist einer. Oder? Da ganz oben? Das ist ein Verbündeter. Komm, go, 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 rein da in die Bude. Schade. Ja, lauf mal weiter, lauf mal weiter, lauf mal weiter. Oh, hinter uns, hinter uns, hinterm Gebäude. Ist hier irgendwann ein Fenster? Oh, okay. Irgendwo hinterm Gebäude war gerade Feuer. Alter. Oh, fuck. Ist das hier eine Chemiefabrik oder was? Oh, hier sind echt noch... Hier sind Gegner an uns. Er ist tot, okay. Ist das eine Waffe, oder? Das sind nur Schatten. So, wo geht's hin? Wir haben schon wieder alle Flaggen. Was? Ching da, 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 da. Alles klar. Attention, please. Oh, oh, oh. Hier labert ein Chinese. Das sind noch Gegner, oder? Oder sind wir gerade Chinesen? Ich hab keinen Plan. Hier nehmen wir der B ein, also ab zu B. B ist die scheiß Insel. Können wir nicht irgendwo rausspringen, um schneller rauszukommen? Shihau! Ab jetzt bin ich die ganze Zeit nur unterwegs. Das ist ein bisschen schade, aber es ist halt so, wie gesagt, solange wir hier auf den PS3 und Xbox 360 Konsolen unterwegs sind, und haben wir nur 12 gegen 12 auf Maps, die für 64 gegen 64 ausgelegt sind. Feindliches Gunship? Oh, shit. Ab ins Gebäude wieder. Shit, Alter. Ich will nicht sterben an so einem Rotz. Feindliches Gunship und ein feindlicher Helikopter. Gehen wir jetzt wieder ins Gebäude? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Okay, das ist auf jeden Fall dumm, in der Karre da zu sitzen. Ah, in der Karre ist noch Platz. Was macht denn das Gunship? Oh, fuck, das ist direkt über uns. Und zwei Drohnen. Haben wir gar keinen Commander oder was? Wir rennen mal jetzt ohne. Okay, das ist ein Sniper. Dem hauen wir mal kurz die Energie her. Ja, A angreifen. Äh, was ist es? B ist es. Da hinten ist das Spawn. Ich bin gerade echt so ein bisschen verwirrt, wo ich nur hin soll. Oh, BB haben wir jetzt auch schon wieder. Also gehen wir mal jetzt Richtung Spawn. Okay, we've just taken control of objective Bravo. We've just taken control. Was schießt hier oben so krass? Ah, das ist unser Fahrzeug. Okay, alles klar. Hier ist noch ein Fahrzeug. Das könnten wir uns eigentlich mal holen. Weil mit Fahrzeug kann man dann auch einfach mal sinnlos reinhalten. Oh, fuck, das ist was größeres. Und es hat unseres Teilen gestört. Oh, oh, oh. Oh, Merdo. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Fahrzeug. Was soll ich denn da machen? Was soll ich dagegen machen? Was soll ich dagegen machen? Alter, ohne Scheiß. Wie sieht's aus? Zwo zu eins jetzt. Alter, hier passiert aber gerade echt gar nix bei mir. Ja, wollen wir zu C gehen und einfach mal snipen? Ah, wird gerade vom Gegner eingenommen. An sich wär's gar nicht so dumm mal zu snipen. Wir machen jetzt Sniper. Weil die Map ist echt groß. Und vielleicht treffen wir ja was. Fahrzeug. Der ist raus aus dem Fahrzeug. Der ist raus aus dem Fahrzeug. Der ist raus aus dem Fahrzeug. Der war er gerade. Alter. Alter, wie einfach mal hier mit den ganzen Fahrzeugen reinkommen. Die Assis. Fuck, jetzt gehört die noch nach dieser Scheiß-Fabrik hier. Okay. Okay, Feinfahrzeug. Feinfahrzeug. Alter, was ist denn hier los? Toi, jetzt bin ich wieder alleine. Alter, mit Sniper. Super. Oh, fuck it. Da war er, da war er. Bleib doch mal ruhig stehen. Nein, Mann! Den haben wir. Okay, Erster. Boah, der war nice. Der war nice, Alter. Über krass. Skill-Shot number one. Okay, Body-Hit. Oh, fuck. Wir haben geschossen von irgendwas großem. Fuck, hier kann man gar nicht durchschauen. Fuck, meine Granate nach der vorne. Hier unten steht dieses dicke Fahrzeug. Oh, fuck. Wir haben irgendwas getroffen. Wir könnten ja eigentlich mal hier zuvier legen. Und dann uns verpissen. An die Tür hier. Kommen jetzt hier ein Gegner zu mir irgendwie? Boom! Alter, wir haben einfach mal die ganze Hauswand weggerissen. Revolution, dein Gesicht, Junge. Ist das krass. Okay, wir gehen mal noch eine Etage höher. Da liegt einer von uns. Weil mir leckt es gerade oder wie Sau. Oh, fuck. Der liegt, der liegt, der liegt. Schnell nachladen. Ah! Headshot. Da haben wir ein Fahrzeug. Alter, ich habe gerade so Leckprobleme. Ist das nicht schön? Okay, der ist jetzt hinter der großen Mauer. Da können wir nicht viel machen. Da waren wir, oder? Hint. Hint. Nachladen. Nachladen, nachladen. Okay, gut. Hat er gemacht. Noch wieder ohne Animationen. Battlefield-typisch ohne Animationen. Oh, fuck. Vorbei. Ah, vorbei. Beweg dich doch mal in einem logischen Rhythmus hier irgendwie. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Fuck jetzt. Kam der hier hoch, der Assi. Shit, motherfucker. So, haben wir ein 8 zu 2 jetzt gerade. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich wäre jetzt fast da als Sniper mitten im Nahkampf gespawnt. Und da haben wir wieder gewonnen. Wuhu! 8 zu 2 haben wir jetzt wegen dem letzten Dev noch kassiert. Ist jetzt für ein 12-Minuten-Video jetzt nicht so super krass. Aber es war schön. Wir haben die Map gesehen. Wir hatten ein bisschen Fahrzeuge. Haben uns ein bisschen verfahren in irgendeinen Abwasserkanal da. Auf jeden Fall schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.